Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich den Fritzbox WLAN Repeater 1750E zu Hause richtig einrichten kann, wenn man daheim einfach das WLAN Signal verstärken möchte. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir unseren Repeater in der Nähe des Routers in eine Steckdose geben. Wenn das geschehen ist, warten wir jetzt mal so lange, bis hier die Power und vor allem auch die WLAN LED durchgehend leuchtet. Denn jetzt fährt der Verstärker hier richtig hoch. Nach ungefähr zwei Minuten ist das jetzt geschehen und nun muss ich mal die WPS Taste hier für ungefähr sechs Sekunden lang drücken, bis hier meine WLAN Leuchte anfängt zu blinken. Sollte jetzt auch schon gleich geschehen und wir können sehen, die WLAN Leuchte fängt an zu blinken. Ich kann loslassen. Nun versucht sich mein Repeater nämlich mit einem weiteren Gerät zu verbinden, weswegen ich recht zeitend zu meinem Router rübergehe. Hier klicke ich ebenfalls auf die WPS Taste und normalerweise geht es jetzt auch schon nach ein paar Sekunden, dass hier auf einmal die Leuchten zum Blinken anfangen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die WLAN Leuchte hier anfängt zu blinken. Unsere Verbindung wurde jetzt automatisch hergestellt und das erkennen wir, wenn hier drüben einfach unsere Signalleuchte komplett durchgehend zum Leuchten anfängt, so wie es bei mir jetzt der Fall ist. Danach kann ich den Verstärker jetzt einfach aus dieser Steckdose hier herausziehen und an den gewünschten Einsatzort einmal platzieren. Dieser sollte sich am besten genau auf der Hälfte zwischen meinem Router und dem Endgerät befinden. Also diese Steckdose hier ist perfekt. Ich kann das Ganze übrigens auch verkehrt herum einfach hereinstecken. Natürlich sollte er jetzt auch nicht von irgendeiner Couch oder einem Schrank zum Beispiel bedeckt worden sein. Und wichtig ist, dass hier am Ende mindestens zwei bis drei solche Signalstärken zu sehen sein sollten. Und dann ist dieser Platz wirklich perfekt. Bei mir sind jetzt fünf ganze Striche. Was will ich mehr? Noch als Hinweis, dieser Vorgang geht jetzt eigentlich mit fast jedem Router, egal von welcher Firma er ist. Und wenn die Verbindung sich bei dir nicht automatisch herstellt, dann habe ich auch noch ein extra Video gemacht, wo man diesen Repeater wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen kann, um die Verbindung hier erneut herzustellen. Und somit haben wir jetzt auch schon den Fritzbox WLAN Repeater 1750e richtig eingerichtet. Wenn du dir jetzt übrigens den derzeit besten Router am Markt oder auch einen weiteren WLAN Repeater hier für zu Hause zulegen möchtest, um einfach optimales WLAN daheim zu haben, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung zu einem relativ günstigen Preis und das Beste, weil das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Geschäft hier verfahren. Wenn du dir als einst mit diesen Notessilen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.